Hallo, willkommen zu meiner WX und zum Haus des Geldes Korea. Ja, ich war auch längere Zeit erst nicht aktiv, aber wir ziehen uns trotzdem mal die Twillereien auf ganz entspannt. Die Demokratische Volksrepublik Nordkorea verkündet mit Südkorea das formelle Ende des Koreakriegs. Die beiden Länder haben sich darauf geeinigt, Kooperation anzustreben. Sie werden eine gemeinsame Währung erschaffen und verwenden. Der Norden hat seine Wirtschaft geöffnet und alle Koreaner sollten davon profitieren. Aber was ist passiert? Nur die Reichen sind noch reicher geworden. Willkommen im Kapitalismus. Es wird Zeit, dass wir, die nichts haben, uns nehmen, was uns zusteht. Der Überfall, den wir vorhaben, wird der größte aller Zeiten. Wir machen doch schlimme Dinge. Ja, das sah schon mega aus. Ach, die ist wieder Millimeter zurück. Das wird wohl die Zentralbank sein. Also, boah, das wird schon mega. Also, ich habe auch Haus des Gates geguckt, die Originalserie aus Spanien. Also, top. Und jetzt so in Korea. Gut, ich weiß halt nicht, ob das jetzt Nord- oder Südkorea. Sieht eher aus wie Nordkorea. Weil Nordkorea eigentlich eine Diktatur ist. Aber, das wird schon mega, denke ich mal, auf jeden. Gut. So, ich hoffe, meine Werkschaft hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, was auch immer ich mache. Bis dahin. Ciao. Ciao. Ciao.